Ich wollte über das Thema Weisheit mal sprechen, weil das im buddhistischen Zusammenhang ja immer auftaucht irgendwo. Weisheit, Weisheit, Weisheit. Wer ganz weise ist, der sagt dann Bratschner dazu oder Panja dazu, aber man weiß gar nicht so recht, was ist denn eigentlich Weisheit? Und dazu, wie gesagt, heute ein paar Anmerkungen, dass man ein bisschen Gespür dafür kriegt. Was ist der Zusammenhang? Ich hatte gelegentlich schon gesagt, dass für den spirituellen Weg oder hochgegriffen für die Befreiung zwei grundsätzliche Bedingungen gegeben sein müssen. Da wurde selbst formuliert es so, die Stimme des Anderen und die eigene geistige Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Soll heißen, Stimme des Anderen, wir sind als Mensch darauf angewiesen, dass uns jemand Weisheit anreicht, weil wir mit unseren geistigen Fähigkeiten in aller Regel nicht in der Lage sind, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie gesehen werden muss. Und sind deshalb gut beraten, wenn wir die Ohren und die Augen aufmachen, wo ist jemand, der das uns nahe bringen kann. Und da haben wir in unserer Zeit noch das große Glück, dass wir den letzten Zipfel sozusagen der buddhistischen Belehrungen noch haben. In unserer Tradition sind buddhistische Belehrungen noch verfügbar. Es ist das eine, aber das Ganze braucht sozusagen auch ein subjektives Pendant. Es nützt nichts, wenn Weisheit in Hülle und Fülle vorhanden ist, aber kein Resonanzboden, wo das sozusagen aufgehen und wachsen kann. Um im Bild zu bleiben, man muss einen guten Samen haben, der aufgeht, aber wenn kein Boden da ist und kein Wasser, um das Ganze zur Reifen, zur Frucht zu bringen, hilft das auch nichts. Auf Deutsch, wenn ein Buddha da ist, aber niemand zuhört, ist es schlecht. Und wenn alle wissen wollen, was hat denn das mit unserem Leben auf sich, aber keiner da ist, der uns das nahe bringt, ist auch schlecht. Und diese beiden Dinge gehören zusammen. Und was die subjektive Seite angeht, das heißt, unsere Befähigung, sind es im Wesentlichen fünf, die im buddhistischen Kontext Indria genannt werden, Heilskräfte oder Heilsfähigkeiten. Also Fähigkeiten unserer Psyche, die uns in die Lage versetzen, den ganzen Weg, den wir den spirituellen Weg nennen, überhaupt zu gehen. Und einer dieser fünf Faktoren ist genau das, worüber ich heute Abend reden will, Weisheit, Panja. Ohne Weisheit nichts los. Aber was ist das jetzt? Wenn man mal in einem ersten groben Anblick das definieren will, dann könnte man sagen, Weisheit heißt, die Dinge so zu sehen, wie sie tatsächlich sind. Also die Dinge nicht verzerrt sehen, sie nicht verengt sehen, nicht illusionär mit Illusionen umgehen, nicht sich mit Täuschungen befassen. Oder wenn man andere Begriffe gebrauchen will, Weisheit hat etwas mit Einsicht zu tun, hat etwas mit Überblick zu tun, mit Einblick zu tun, mit Klarblick zu tun. Und in dem Bild des Sehens sehen wir schon, oder merken wir schon, wie der Zusammenhang ist. Weisheit heißt, die Dinge sehen, wie sie tatsächlich sind. Aber das ist offensichtlich gar nicht so einfach, wie es klingt. Weil der Mensch, wollen wir dem Buddha glauben, ganz anders geeicht und ganz anders gepolt ist. Denn was unser Leben bestimmt, sind vier Vertretheiten. So nennt es der erwachte Vertretheiten. Die Dinge sind irgendwie, ja im wahrsten Sinne des Wortes, durcheinander geraten. Ich wollte jetzt nicht sagen verrückt, weil das ein bisschen drastisch klingt, nicht? In Palin wird gesagt, wie Palasa, also durcheinander gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes, verdreht. So, was ist in unserer Auffassung verdreht? Was läuft da falsch? Nummer eins, wir halten Dinge, die vergänglich sind, irgendwie doch für beständig. Was dauernd davon rieselt, was nie wirklich bleibt, was man nicht festhalten kann. Da suchen wir doch das, wo wir glauben, das können wir doch irgendwie mal auf eine Zeit lang für uns behalten und einfach festklammern. Also die Dinge vergehen, aber wir meinen, irgendwas bleibt. Das Zweite ist, dass wir Dinge, die nicht befriedigend sind, die nicht taugen, ja, die keinen Wert haben, für wertvoll, für erstrebenswert, für glückbringend halten. Das Dritte ist, dass wir da auch noch eine Substanz sehen, etwas, was tatsächlich ist. Nennen wir das entweder Welt oder Ich. Wir glauben, dass etwas Kernhaftes da ist, obwohl es nur bedingte Erscheinungen sind. Und das Vierte hat sehr eng mit uns zu tun, mit unserem eigenen Körper zu tun. Wir halten Dinge, die in Wirklichkeit gar nicht schön sind, für schön und attraktiv. Und das gilt gerade für den menschlichen Körper, besonders dann, wenn wir den Körper des anderen Geschlechts angucken. Da haben wir den Eindruck, das ist was Schönes. Das ist einer der größten Irrtümer überhaupt zu glauben. Ihr Anwesende immer ausgenommen. Das ist völlig klar, das betrifft die anderen, das betrifft nicht uns. Aber es ist der größte Irrtum zu glauben, dass das, was wir schön finden an diesem Körper, es wirklich ist. Ich will das nicht vertiefen, weil es eher ein schockierendes Thema ist, wenn man zu weit einsteigt an dieser Stelle. Aber die große Enttäuschung entsteht dadurch, dass dieser Körper umhüllt ist von dem, was wir Haut nennen. Wir brauchen uns nur diese Haut mal wegzudenken. Also experimentell nur mal wegzudenken. Dann haben wir eine ganz andere Einschätzung von unserem Körper. Ich wüsste gar nicht, ob wir hier sitzen könnten, so still wie wir es jetzt tun, wenn wir alle ohne Haut hier sitzen würden. Und schon gar nicht, wenn wir mal jetzt so den Deckel da aufmachen und mal reingucken, was da alles drin ist. Das macht mal genügend, um nur das Thema zu nennen, wo eine unserer großen Täuschungen ist. Also das, was schön erscheint, nicht ganz so schön zu erkennen. Das sind die Vertreter. Da kann man ja mal jetzt so experimentieren. Jetzt mal einen kurzen Selbsttest machen, wo wir gerade stehen. Damit haben wir auch ein Stück schon die Funktion von Weisheit verstanden. Weisheit ist das, was diese Fehler in uns korrigiert. Das ist also die Instanz in unserem Geist, die uns die Dinge so zeigt, wie sie sich wirklich darstellen. Also Weisheit ist etwas, was aufräumt mit Illusionen, was Täuschungen beiseite wirft und uns einfach Wahrheit nahe bringt. Und wer ein bisschen die Lehrreden liest, wer ein bisschen weiß, wie so Belehrungen des Buddha stattfinden, der hat vielleicht mal oder öfter sogar eine Formel gehört und gelesen, die immer in Lehrreden oder oft in Lehrreden auftauchen, am Ende des Gesprächs, da sagt der, der dem Buddha zugehört hat, Folgendes, gleich wie etwa, als ob man Umgestürztes aufstellt oder Verdecktes enthüllt oder Verirrten den Weg weist oder Licht in die Finsternis bringt. Wer Augen hat, wird die Dinge sehen. Ebenso hat der Erhabene die Lehre vielfach gezeigt. Und damit ist mal so exemplifiziert, was Weisheit bewirkt, wenn sie aufgeht, wenn die Saat aufgeht. Nämlich, dass Ordnung geschaffen wird im Geist. Und das waren ja vier Gleichnisse, vier Bilder, die mal zeigen, was da jetzt in diesem Prozess der inneren Verwandlung stattfindet. Da heißt es einmal, Verkehrtes wird zurechtgerückt. Auf Deutsch, in unserem Geist wird Ordnung geschaffen. Da ist nämlich Chaos. Auch wenn wir akademische Grade oder sonst was haben oder uns für klug halten, wie auch immer, im Kern ist hier Chaos durcheinander. Und durch die Weisheit eines Buddha werden die Dinge zurechtgerückt, Ordnung gemacht. Dann hieß es eben, Verdecktes wird aufgedeckt. Das heißt, Weisheit bringt Verborgenes ans Licht. Das, was wir bisher nicht erkannt, nicht verstanden, nicht gesehen haben, das wird über diese geistige Aktivität sozusagen uns offenbar. Uns geht ein Licht auf. Dann bin ich schon bei dem dritten Bild. Dunkelheit wird vertrieben. Hell und dunkel wird ja sehr oft assoziiert mit geistiger Klarheit oder geistiger Umnachtung. Weisheit macht uns den Geist hell. Und der vierte Aspekt, der eben auch genannt war, der zielt jetzt auf die Praxis. Also Weisheit für sich allein, na gut, nicht schlecht, wenn man darüber verfügt. Aber Weisheit hat ja auch eine Aufgabe, hat ja einen Sinn für unsere Alltagspraxis. Und hier wird gesagt, Weisheit gibt Orientierung. Dass man weiß, wo geht es hin, was sind die Ziele in meinem Leben und wie kann ich den Weg so gehen, dass ich dieses Ziel auch möglichst ohne Umwege und möglichst optimal und schnell erreiche. Also, um das zusammenzufassen. Weisheit hat die Funktion, Korrekturen in unserem Geist vorzunehmen. Was heißt es inhaltlich? Er wurde halt 45 Jahre lang gelehrt, das wissen wir. Und er hat jedem sozusagen subjektiv die Häppchen gegeben, die der Betreffende vertragen konnte. Das heißt, er ist mit seinen Dharma-Belehrungen nicht mit der Tür ins Haus gefallen, sondern er hat das Ganze sehr sukzessive, stufenweise dargelegt. So wie man in der Schule erst zählen lernt und dann bei Einstein landet und nicht gleich die Relativitätstheorie hat. Das wäre ein bisschen zu anstrengend für unseren Geist. Aber so ist es bei den Dharma-Belehrungen auch. Man wird hingeführt zu immer tieferen Einsichten und Betrachtungsweisen. Und den Einstieg, sozusagen die unterste Stufe, haben wir beispielsweise in unserem Januar-Tagesseminar gehabt, wo wir über Dana sprachen, über Geben. Das ist der erste Anfang, um überhaupt sich zu öffnen, sein spirituelles Know-how zu beginnen. Also ist der Einstieg. Auf der nächsten Ebene, da haben wir auch oft und oft drüber geredet, geht es darum, im moralisch-ethischen Bereich sich so umzusortieren, dass man einigermaßen anständiger Mensch wird. Und Weisheit begleitet diesen Prozess. Weisheit sagt, warum man sich so und so und nicht anders verhält. Also wie die karmischen Zusammenhänge zwischen Verhalten und Erleben ist. Das ist der zweite Themenbereich. Der dritte Themenbereich, und ihr merkt, Weisheit weitet den Geist auf. Er macht den Blick immer größer. Der dritte Bereich sagt, das, was wir Leben nennen, ist nur ein Ausschnitt, ein zeitlicher Ausschnitt von unendlich vielen Existenzen, die wir schon vorher, vor diesem Leben hatten. Und vielen Existenzen, die möglicherweise noch folgen, wenn wir sozusagen unser Leben nicht in den Griff kriegen. Das ist die Belehrung darüber, dass es nach dem Tod so etwas wie Fortexistenz gibt, dass es so etwas wie unter- und übermenschliche Existenz gibt. Jetzt sind wir bei der Stufe 3. Stufe 4, wir haben auch darüber schon gesprochen, das ist der ganze meditativen Bereich, der versucht, den eigenen Geist so zu schulen, dass auch unser Leben, unser Erleben transzendiert werden kann. Das heißt, dass es zu einem Erleben kommt, das jenseits von Ich und Welt ist. Schon ein bisschen schwieriger vorstellbar für uns, den Geisten. Das sehen wir auch zugleich, wie eng unser Geist gestreckt ist. Und diese vier Dinge, ich werde nie müde, da immer wieder drauf hinzuweisen, weil man sehen muss, wie eng unser Intellekt im Moment ist und wie sehr er geweihtet werden muss. Aber alle diese vier Elemente, die ich jetzt nur angedeutet habe, sind buddhistisch gesprochen so etwas wie Lockerungsebe, damit man das Entscheidende überhaupt verstehen kann. Und das Entscheidende sind die vier Heilswahrheiten, über die der Buddha zentral spricht. Das werde ich inhaltlich nachher noch mal sagen. So, was bewirkt das jetzt, wenn unser Intellekt, unsere geistige Fähigkeit sich mit den Realitäten auseinandersetzt? Dann gibt es im Kanon eine zweite Formel. Es gibt ja immer mal wieder so Formulierungen zu den festen Wortlauten auftauchen. Da heißt es, wenn jemand die Belehrung nun aufgenommen hat, die Achtsamkeit aufgenommen hat, dass da Folgendes passieren kann. Gleich wie etwa ein reines Kleid, von Flecken gesäubert, vollkommen die Färbung annehmen mag, ebenso ging dem XY, dem Zuhörer, während er da noch saß, das abgeklärte, abgespülte Auge der Wahrheit auf. Was irgend auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Also die Situation ist folgende. Der Buddha belehrt jemanden, der hört auf, ist innerlich beteiligt. Und wie er das hört, geht ihm das Auge der Wahrheit auf. Also es wird ihm klar, was da eben gesagt worden ist. Und was wird ihm klar? Die tiefste existenzielle Wahrheit, die man überhaupt sozusagen erkennen kann. Klingt so banal, aber tiefer geht es nicht. Was irgend auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Denn wer diese Wahrheit einmal gefasst hat, und nicht einfach nur so oberflächlich, ja, ja, alles geht irgendwann kaputt, ungefähr, sondern den tiefen Blick darauf, dass alles, was geworden, bedingt, entstanden, zusammengesetzt ist, dass all das wieder zerbröselt, früher oder später, diese Einsicht löst sozusagen eine Revolution aus in unserem Geist, auch wenn wir das vielleicht gar nicht mitkriegen, aber das fängt an wie Hefe zu wirken, dieser Blick auf Realität, und baut uns die ganze Zeit um. Denn das ist jetzt die Einsicht, die die vier Vertretheiten, von denen ich vorhin gesprochen habe, geradezu aushebelt. Die erste Vertretheit war, Dinge für, boah, dauerhaft zu halten. Ich will das nochmal erklären, dass wir das sehen. In unserem Leben heißt das, dass wir von dem Erleben her immer den Eindruck haben, da bin ich doch, ich bin doch, ja, immer haben wir den Eindruck, es geht doch mit meinem Leben voran, ob das schlecht ist oder nicht, aber das Leben schleppt sich voran. Wir sehen nicht, dass wir im selben Moment immer wieder auch toter leiden, weil im selben Moment, wo wir sagen, ich lebe, geht etwas in uns kaputt, physisch, Zellen, Geister, Gedanken gehen verloren. Alles ist ja nicht nur aufsteigend, sondern alles verschwindet ja wieder. Und auf der zweiten Ebene ist das so genauso. Unser Wille, wir wissen, ja, ja, irgendwann werde ich mal tot sein. Trotzdem marschieren wir immer diesen Weg voran, als wären wir unsterblich. Und das Dritte nochmal, dort geht es nochmal wirklich in das Illusionäre hinein, dass unser Geist auch noch Ideen und Weltbilder entwickelt, wo dann gesagt wird, ja, etwas bleibt in uns, das unsterblich ist. Ja, man kann es zwar nicht sehen, aber es gibt es tief in uns, irgendwo ist das, das nennt man vielleicht die unsterbliche Seele, wie auch immer, das sind Theorien, die da in der Welt hausieren. Das sind die drei Ebene, wo wir das Wandelbare nicht als solches akzeptieren, mit den gravierenden Folgen. Und Weisheit ist genau das Gegenteil, diesen grundlegenden Satz nicht nur jetzt zu akzeptieren, sondern auch in der Realität zu erkennen, mit all den Folgen, die damit zusammenhängen. Und damit haben wir einen weiteren Aspekt von Weisheit zumindest schon mal sogar angetippt, dass Weisheit die Dinge umfassend sieht. Nicht nur da mal ein Häppchen Wirklichkeit erkennen, da mal so ein Mosaiksteinchen, sondern Weisheit hat die Bedeutung oder die Besonderheit, dass sie das Ganze sieht. Vielleicht mal kontrastiert zu dem, was man Achtsamkeit nennt. Das ist die geistige Wachheit, die geistige Präsenz, die zeigt uns auch Wahrheit. Aber die zeigt uns die Wahrheit dessen, was im Moment ist. Nicht, was im Moment da draußen passiert oder was im Moment bei uns passiert. Wenn das Sati, wenn das Achtsamkeit mitkriegt, dann ist das auch eine Form von Wahrheit. Aber es ist eben nur das Punktuelle. Während Weisheit all das zusammensammelt, was so einzeln da in unseren Geist eingetragen ist und zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenbaut. Und der Wachte gibt drei Gleichnisse, um zu zeigen, dass dieser weisheitliche Prozess tatsächlich ein Prozess ist. Dass wir nicht auf einen Knopf drücken und dann ist sie da. So ein Weisheit ist etwas, was zunimmt, was wächst. Das eine Bild sagt, das ist ein Wanderer, der unterwegs ist von einer Station zur nächsten Station und irgendwann mal wieder zu Hause ankommt. Und was macht ein Wanderer? Er hat eben nicht nur die beschränkte Erkenntnis dessen, was in seinem Heimatdorf ist. Das heißt so klein, klein, was zu unserem Weltbild gehört, sondern ein Wanderer durchzieht Existenz und schaut hier und schaut dort und hat dann ein Gesamtbild. Und das wird erweitert, indem der das nächste Mal auch noch auf einen Turm steigt und dann nochmal von oben guckt. Also der Wanderer, der läuft, der hat immer die Dinge unmittelbar vor Augen. Aber jemand, der auf den Turm steigt und dann nach unten guckt, der hat einen ganz anderen Überblick. Und das ist ja auch der wichtige Aspekt von Weisheit, sozusagen das Ganze von oben zu sehen, Einblick zu haben und nicht nur, ja, wie sagt man denn, wenn man so ein Brett hat vor dem Kopf, sieht man das Brett, ja, aber das ist ganz nah, aber sonst sieht man nichts. Und das letzte Bild, das ist vielleicht noch das subtilste dabei, da ist jemand, der an einem See steht, wo klares Wasser drin ist und dann guckt, was sich da auf dem Boden bewegt. die Fische und die Steine und die Pflanzen, die da wachsen. Und das drückt sehr gut eine Funktion oder auch eine Eigenschaft von Weisheit aus, nämlich aus Abstand die Dinge sehen. Nicht in Gewühle sein, sondern mit einer gewissen Distanz, also nicht hineingezogen in das Wirbeln unserer Existenz, sondern ein Stück zurücktreten, auch emotional zurücktreten und von dieser Position einfach zu sehen, was tut sich denn da alles. Ja, fragt man jetzt spätestens, was halten ich, ich muss noch eines ergänzen, sonst wird das mit dem Umfassenden zu wenig, weil wenn ich darüber rede, dass wir die Dinge umfassend sehen sollen, dann rede ich auch darüber, dass wir sie in Zusammenhängen begreifen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, nicht, der Dummkopf, der Tor betrachtet die Phänomene, aber der Weise betrachtet die Herkunft der Phänomene. Und da sind wir auch so ausgerüstet, dass Nachholbedarf besteht. Wir gucken uns auch die Dinge an, wie sie da auftauchen. Es tauchen ja dauernd neue Erlebensdinge auf, dauernd neue Objekte, aber Weisheit heißt zu fragen, wo kommen sie her? Warum sind sie da? Was sind die Gründe, dass sie da sind? Und da gibt es zwei Antworten. Die eine, auf der anschaulichen Erlebensebene, ist die Lehre des Buddha von Karma. Da sagt, warum erlebt ihr all das, was ihr erlebt? Weil ihr es euch früher selbst gewirkt habt. Ursache und Wirkung. Nichts ist in unserem Erleben da, nichts kann auftauchen, was von uns nicht vorher selbst angeleert worden ist, also in diese Existenz hineingeschickt worden ist. Und umgekehrt, all das, was wir jetzt tun, Gutes und Schlechtes, ist dann auch nicht in einem Abgrund irgendwo versunken und in der Vergangenheit verloren, sondern das ist das, was künftig erscheint. Also Ursache und Wirkung, was man erlebt, hat man gewirkt, was man jetzt wirkt, wird man in künftiger Zeit erleben. Und wer das ein bisschen abstrakter und philosophischer haben will, dem sagt der Buddha sehr viel über die bedingte Entstehung. Und bedingte Entstehung heißt nichts anderes, dass die Dinge nicht an sich sind, dass sie keine Eigenexistenz haben, was wir immer unterstellen, sondern dass Phänomene nur auftauchen, wenn bestimmte Konstellationen von Bedingungen da sind. Und wenn die Bedingungen sich ändern, ändern sich auch die Erscheinungen. Und das ist natürlich der Schlüssel dafür, dass wir die Möglichkeit haben, unser Leben zu verändern. Wären wir als Personen das, was wir erscheinen, als das, was wir uns so zu Augen stehen, wären wir das wirklich? Wäre keine Veränderung möglich. Wäre Welt das, was sie ist, sozusagen stabil fixiert, dann wäre auch da keine Wandlung möglich. Aber da Welt und ich alles nur bedingte Phänomene sind, ist es möglich, durch die Veränderung der Bedingungen andere Phänomene, andere Erlebensweisen hervorzubringen. Und wenn das interessiert, durch das Aufhören von karmischen Aktivitäten und das Setzen von Bedingungen, kann auch dieser ganze Film mal irgendwann mal auslaufen. Aber das brauchen Sie im Moment nicht zu schockieren. Aber warum lehrt der Buddha denn? Weil wir uns langweilen oder weil wir sonst nichts zu tun haben oder weil wir vielleicht ein Thema brauchen, damit wir morgen in der Kantine glänzen. Ja, wenn du da anfängst, bei der Gemüsesuppe über Weisheit zu reden, das kann manchmal Eindruck machen. Manchmal. Manchmal geht es da nach hinten los. Aber das ist nicht der Grund, warum ein Buddha lehrt. Warum lehrt der Buddha? Es gibt nur einen Grund. Die entscheidende Waffe, Weisheit ist die entscheidende Waffe, um Dukka zu überwinden. Also um alle Leidensformen zu transzendieren. Dukka ist die Lebenssituation, in der wir sind, mit der wir unzufrieden sind. Und Weisheit ist das Instrument per se, das diese Situation verändern kann. Da will ich ein Zitat auch mal bringen. Da fragt ein Schüler, ein Weiser, ein Weiser, so sagt man, Freund, worauf bezieht sich das, wenn man von einem Weisen spricht? Und die Antwort ist, Weise ist der, der versteht. Soweit waren wir. Und was versteht der? Dies ist Dukka, versteht er. Dies ist der Ursprung von Dukka, versteht er. Dies ist das Aufhören von Dukka, versteht er. Dies ist der Weg, der zum Aufhören von Dukka führt. Einer, der es so versteht, das ist ein Weiser. Wer nicht Pali kann, Dukka heißt, Leiden, Unvollkommenheit, Unzulänglichkeit. Und das ist der Kern dessen, was der Buddha lehrt. Und damit wäre Weisheit so inhaltlich definiert. Das heißt, Weisheit vom Inhalt her sich auskennen in den vier heilenden Wahrheiten, über der Buddha 45 Jahre lang gesprochen. Wahrheit davon, dass unsere Existenz knirscht, dass es Gründe gibt dafür, dass es knirscht, nämlich unsere Unwissenheit und unser Durst, unser Verlangen, dass es die Möglichkeit gibt, beides Unwissen und Verlangen zu minimieren und sogar abzuservieren. Und dass es viertens einen Weg gibt, der das praktisch uns zeigt, wo wir auf diesem Prozess, uns in diesen Prozess der Befreiung hineinbegeben können. Und deshalb weiß es an einer Stelle, woran ist Weisheit und die Fähigkeit der Weisheit zu erkennen? An den vier edlen Wahrheiten. Daran ist die Fähigkeit der Weisheit zu erkennen. Und das galt übrigens auch für den Buddha. Der Buddha ist ja nicht als Buddha auf die Welt gekommen, sondern als Siddhartha Gautama, von dem später gesagt wurde, er ist der Bodhisatta, der Bodhisattva gewesen, also ein Wesen, das auf das Erwachen zugeht. Noch nicht hat er, sondern zugeht. Und als er 35 war, nach sechs, sieben Jahren intensiven Trainings nochmal, ist er in einer oder in der entscheidenden Nacht von einem Bodhisattva zu einem Buddha geworden, in dem ihm drei wesentliche Erkenntnisse aufgegangen sind. Im ersten Drittel der Nacht ist ihm aufgegangen, das, was wir heute Rückerinnerung nennen. Er konnte sehen, was er schon in seinen Vorexistenzen alles erlebt hatte. Ein guter, ein schlechter, welchen Namen er hatte, was er erlebt hat, wo er gestorben und wo er wieder geboren wurde. Bezogen auf die eigene Person und bezogen auf die Vergangenheit. Im zweiten Teil der Nacht hat er gesehen, was aus den anderen Wesen wird. Er hat so den Blick geweihtet und hat gesehen, wie andere Wesen sterben, wiedergeboren werden und nach welchen Maßstäben, nach welchen Kriterien sie wiedergeboren werden. Und die Behauptung war, die Menschen werden nach ihrem Wirken, entsprechend ihres Wirkens, wiedergeboren. Und da bleibt nur noch das dritte Teil der Nacht übrig, wo die letzte, tiefste Weisheit ihm aufgegangen ist. Und das sind genau die vier Wahrheiten. Die Beschreibung der Realität als Unvollkommenheit, die Beschreibung der Ursachen dafür, die Beschreibung der Alternative und die Beschreibung der Praxis, wie man diese Alternative so umsetzt, dass Dukkai ein für allemal erledigt ist. Da war er ein Buddha und da war das, was wir jetzt als Weisheit beschrieben haben, sozusagen perfekt, zumindest von seiner Funktion her, weil wer Weisheit in aller Tiefe erreicht, wie so ein bisschen mal so ein Häppchen, so ein Durchdringen in der Tiefe erreicht, der kann den Befreiungsprozess einfach bis zu Ende gehen. Ein paar Minuten gibt die mir noch. Ich will nämlich noch auf ein paar Unterschiede hinweisen, welche Arten von Weisheit es noch gibt. Es gibt drei, die man unterscheiden muss. Das eine ist die gehörte Weisheit. Im Idealfall, Betonung liegt, im Idealfall das, was wir an solchen Abenden machen, wir beschäftigen uns mit dem Wissen des Buddha, aber das ist nicht unser eigenes Wissen, sondern wir hören das oder wir lesen das, sozusagen Fremdes, Fremde, geborgte Weisheit, die braucht man. Ohne das tut sich nichts in uns. Das ist das einfach gesprochen, was wir über die Lehren hören, was wir uns aneignen, was unser Intellekt sozusagen aufgreift und da zu einem Bild, zu einem Gesamtbild konstruiert. Das ist auch der Grund, warum der Buddha gelehrt hat. Um diese Art von Weisheit anzubieten, wäre die nicht in der Welt, dann würde das auch nicht bei uns irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen. Also das sind die Inhalte der Lehre und diese Inhalte, wenn wir sie denn einigermaßen verstehen, bewirken in uns, dass wir sowas wie ein Grundvertrauen fassen. Ah, da ist was dran, dieser Botschaft gehe ich nach. Und damit sind wir schon bei einer zweiten Art von Weisheit, die jetzt nicht so sehr von außen kommt, sondern die wir eigentlich schon mitbringen. Und das ist die Fähigkeit oder eine Art angeborene Disposition mit Wahrheit umzugehen. Es gibt Menschen, die haben ein gutes Gespür dafür, was richtig und falsch ist. Und es gibt Menschen, die haben viel sozusagen Intuition, wo sie bohren, wo sie nachgucken müssen, ja, wo sie suchen und wo sie finden können. Das ist die Art von Weisheit, die wir schon mitbringen, die es uns auch ermöglicht, das Gehörte aufzufassen. Das muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Das muss ja auf einen fruchtbaren Boden fallen. Es genügt einfach nicht nur, Dinge nachsprechen zu können, auswendig zu lernen, sondern wir müssen ein Instrumentarium haben, auch das innerlich aufzufassen. Es gibt sicher verschiedene Grade, aber ein Kennzeichen dafür ist das, was im buddhistischen Kontext Yoniso Manasikara genannt wird. Also eine geistige Tätigkeit, die den Dingen auf den Grund gehen will, die die Herkunft, die Zusammenhänge sehen will und nicht einfach nur die oberflächlichen Dinge. Und das kann, sage ich mal, ein bisschen provozieren, diese Art von Weisheit kann bei den dümmsten Leuten vorkommen, weil es gar nichts mit Intellekt zu tun hat. Es hat gar nichts damit zu tun, ob man Schulen besucht hat und Diplome hängen hat, zu Hause irgendwo in der Wand, sondern es hat damit zu tun, ob unser Geist offen ist für die tieferen Dinge der Welt, für die tiefen existenziellen Fragen, ob wir auch Fragen stellen, ob wir wissen wollen oder ob es uns genügt, wenn wir die erste Seite der Bild-Zeitung uns angucken und sagen, dann bin ich halt informiert. Das soll etwa. Und zum Abschluss bleibt eine dritte Variante von Weisheit übrig, das ist die, die auf der eigenen Erfahrung passiert. Und das ist die, die am überzeugendsten natürlich ist. Wenn ich euch irgendwas erzähle, so und so behält sich das und sagt, ja gut, in Ordnung, hört sich ja ganz gut an, weiter das Nächste, so ungefähr, wer das ein bisschen ernster nimmt, wird selbst nachdenken, passt das, ist das irgendwie verständlich, ist das logisch oder widerspricht das im gesunden Menschenverstand, also wird das prüfen, und ein Dritter wird der Sache auf den Grund gehen und wird irgendwann aus eigener Erfahrung sagen, jawohl, das ist tatsächlich so. Und wenn man etwas erfahren hat, dass etwas existiert, dann kann ein anderer erzählen, was er will, man weiß es selbst. Und das ist die Weisheit, worauf es ankommt. Das Gehörte ist unser Einstieg, damit wir überhaupt geistig wach werden, damit wir wissen, es gibt mehr, als unsere Augen uns zunächst mal sagen. Das Zweite ist unsere innere Disposition, ob wir empfänglich sind für tiefere Wahrheiten oder ob wir nur an oberflächlichen Dingen interessiert sind. Und das Dritte ist, jawohl, es ist tatsächlich, ich habe es selbst gesehen. Und das ist, denke ich, das Großartige auch an den Belehrungen des Buddha, dass er sagt, komm und sieh. Er behauptet nicht von der Kanzel irgendwelche Dogmen, sagt so, jetzt lernt sie auswendig und glaubt sie, sondern sagt, ich habe etwas erkannt, ich lege das da und ihr könnt das, wenn ihr dem Weg nachgeht, es im Laufe der Zeit selbst sehen. Und das ist das Entscheidende. Weil all das, was ich nur gehört habe, ist für mich nicht so revolutionierend, wie das, was ich unmittelbar erkannt habe. So, erst mal so viel zur Weisheit. Es gibt sicher viele, viele Details im Einzelnen noch, aber die sind nicht so sehr interessant im Moment, dass wir mal uns einen Überblick verschafft haben. Weisheit korrigiert das Chaos in unserem Hirn, in unserem Wissen, in unserem Geist. Und Weisheit ist in der Lage, das, was wir Leben nennen, zu revolutionieren und zu einem guten Ausgang zu führen. So, ihr könnt weise Fragen stellen oder weise Beiträge liefern. Manfred. Ich höre mal eine Frage zur Vergänglichkeit noch. Und zwar, dass Phänomene, wie wir sie uns vorstellen, beispielsweise materieller Art, vergänglich sind, das ist uns eigentlich klar. eigentlich schon, das können wir indirekt über schon nachvollziehen, aber dieses Verständnis ist gebunden an eine Ansicht, an eine materielle Welt. Und ich denke, vielleicht ist der Schlüssel zum Verständnis der Vergänglichkeit zum Beispiel der Satz, das alles, was erscheint, das hast du jetzt mehrmals gesagt, alles, was erscheint, auch wieder schwinden muss. Das heißt, erst in dem Moment, in dem man die Illusion an der materiellen Welt wirklich sieht, versteht man, was wirklich vergänglich ist. das ist eine sehr, sehr gute Spur, Manfred, ja. Sagt doch mal den Satz noch mal, wiederholen, den Letzten. Den Letzten. Wieso? Im Moment, wo man wirklich sieht, nicht mit den Augen, sondern mit diesem Auge der Weisheit, dass die Vorstellung einer materiellen Welt tatsächlich eine Vorstellung ist, eine Illusion. Und jede Illusion ist erschienen und muss auch wieder schwinden. und dann sieht man vielleicht, das hat er schon gesagt, ist eine Spur. Und dann sieht man vielleicht, was hinter dem Vergegnung der Wirklichkeit besteht. Ja, ich beantworte es mal, oder ich führe die Spur einfach nur mal weiter, ja, weil viel braucht man gar nicht mehr sagen. Ich habe indirekt gesagt, dass der Erwachte, wenn er unsere Lebenswirklichkeit beschreibt, von drei Daseinsmerkmalen spricht, ja, also drei Eigenschaften, die all das, was erscheint, hat drei. Manchmal wird das reduziert auf diesen Begriff Vergänglichkeit. Aber manchmal wird das auch unter diesem Kreierpack beschrieben. Warum? Fangen wir mal bei der Vergänglichkeit an. Wir sagen, ja, das ist die Uhr. Ich weiß, irgendwann geht sie kaputt. Aber jetzt ist es die Uhr. Damit sind wir mitten im Wahn, mitten in der Vorstellung, da ist ja die Uhr, die geht kaputt. Und dieser Körper, der geht auch mal kaputt. Ja, aber jetzt ist er doch. So, weil wir nur jetzt einen Aspekt rausgenommen haben, es vergeht, aber was vergeht? Etwas, was ist. Und das ist der große Brugschluss, dass wir unterstellen, da gäbe es etwas, was ist. Und da haben wir das zweite Daseinsmerkmal, das der Buddha An-Ata nennt. Das wird gelegentlich übersetzt mit Ich- und Substanzlosigkeit. Und da ist nichts anderes gesagt, dass nichts vergehen kann, was ist, weil nie was ist, sondern immer nur erscheint. Und jetzt sind wir beim dritten Daseinsmerkmal, Dukkha, Unvollkommenheit, Leidhaftigkeit. Wenn es tatsächlich so ist, dass alles immer nur erscheint und wieder verschwindet, wie kann ich in dieser Welt Glück finden? Ich kann es eben nicht. Ich kann es immer nur häppchenweise für kurze Zeit, weil alles, das haben wir mehrfach festgestellt, was erscheint, verschwindet wird, heißt auf Deutsch ich kann nichts festhalten. Ich kann diesen Körper nicht festhalten, ich kann nicht mal den eigenen Geist festhalten, ich kann gar nichts festhalten. Und das, was wir Leben nennen, ist ja immer nur der Versuch neu zu greifen, nach den Dingen, nach physischen Dingen, nach materiellen, nach geistigen, nach seelischen Dingen zu greifen, in der Hoffnung. Irgendwann finden wir das, was uns auf Dauer Frieden gibt. auf Dauer zufrieden stellt. Und die drei Daseinsmerkmale sagen, Doppelpunkt, vergiss es. So hat das der Buddha nicht gesagt, aber das ist der Kern, vergiss es, weil wenn nichts stabil ist, kannst du dein Leben nie so organisieren, dass da was Vernünftiges rauskommt. Es kann ja nur zerrieseln. so und da haben wir, das ist so ein tiefer weisheitlicher Anblick, wenn man alle Phänomene in dieser Art und Weise sieht. Jetzt tauchen sie immer noch auf, das ist ja das Problem, dass ein einmaliger Blick unseres Intellekts darauf die Sache ja noch nicht löst. Wir greifen ja im nächsten Moment schon wieder, weil wir eben diesen inneren Trall, diese innere Gewöhnung haben, über viele Leben hinweg, immer wieder zu glauben, wenn du das dir aneignest, was diese Welt angeht, angeht es dir irgendwann gut. Du hast es bisher noch nie richtig gemacht. Wenn du in eine Partnerschaft eingegangen bist, hast du es nie richtig gemacht, so am Ende. Irgendwas hat dann doch geklemmt. Du musst halt den Richtigen finden oder die Richtigen, dann wird es schon gehen. Oder den richtigen Beruf oder das richtige Hobby oder die richtige Philosophie oder die richtige Religion. Du musst nur das Richtige machen und dann irgendwann kommen sie in Ordnung. Und da greifen diese drei Daseinsmerkmale, die für alle Erscheinungen gelten. Es gibt keine Ausnahme. Deshalb brauchen wir gar nicht weiter zu suchen, ob es sie doch gibt, sondern wir sollten diesen weisheitlichen Prozess fortsetzen, sozusagen in uns wirken lassen und anzufangen, das, was sowieso nicht taugt, nicht zum Götzen unseres Lebens zu machen und dafür vielleicht auch noch schlimme Dinge zu tun. Das ist ja das Verrückteste dabei, dass wir Dinge, die nichts taugen für unser Glück, dann auch uns dadurch noch erwerben, dass wir es uns aneignen, obwohl es uns nicht gehört. Das heißt, dass wir alle die ethischen Regeln übertreten, die das Ganze noch schlimmer macht. So viel zu dem, was du gesagt hast, das ist mit der Kernpunkt überhaupt. Die Qualität der Dinge, Dinge ist schon falsch, Dinge ist schon eine Unterstellung, da ist doch was. Erscheinung kommt hoch und geht wieder. Das ist unsere Existenz. Das ist wie ein Film. Beim Film wissen wir das. Da hinten steht der Projektor, der wirft da was auf die Leinwand da wissen wir, dass das Bilder sind, die erscheinen und wieder verschwinden. Nur wenn wir unaufmerksam sind und die sich kriegen da jetzt im Film und dann freuen wir uns, dass sie sich kriegen und weinen vielleicht auch, wenn sie sich nicht kriegen oder so, weil wir in dem Moment nicht merken, dass es ein Film ist, dann werden die Personen zu Personen und die Dinge zu Dingen. Aber wenn einer sagt, komm, ist doch nur ein Film, ach so, ja, dann hat man ein Stück Distanz und diese Art von Distanz könnten wir ja in Bezug auf unser Leben auch noch ein bisschen wenigstens entwickeln. Und das wäre das Bild von diesem See, wo man ein bisschen nach draußen geht und dann mal in den See unseres Lebens hineinguckt und feststellt, das sind doch nur Fische, die da hin und her schwimmen, aber nichts wirklich Greifbares. Was heißt das, was gibt es zu tun? Wahrnehmen und nicht anhandeln? Das wäre die Lösung, ja, aber das ist das Allerschwierigste im Leben überhaupt. Aber das ist die Essenz. Das ist die Essenz, ja, der Erwachte macht es ein bisschen einfach oder vereinfacht es, indem er sagt, okay, greift ruhig zu, ihr könnt gar nicht jetzt von heute auf morgen das alles einstellen, aber greift so zu, dass ihr niemand anderen verletzt, dass ihr nicht auf Kosten anderer genießt, ja, und wenn man das geschafft hat, dann merkt man auch, dass man viel Schrott einfach hat liegen lassen und dann kann man sich überlegen, was ist jetzt der Schrott, das Überflüssige, was ich liegen habe, aber das Kerngeschäft ist das, ja, bei Erscheinungen nicht sagen, komm her, ich will dich haben oder auch nicht sagen, hau ab, ich kann dich nicht ausstehen, verschwinde, ja, geh kaputt oder sowas. Ich hätte es gerne noch ein bisschen tiefen, nämlich, das klingt ja alles so, zum Beispiel dieser Satz, alles entsteht im Geist, so, prima, und wie Sie es auch gesagt haben, ja, man muss nur erkennen, dass das eigentlich vergänglich ist und so, ich behaupte mal, dass die Mehrzahl der Menschen, ja, gehen wir mal davon aus, der Menschheit schon weiß, dass am Ende des Lebens der Tod steht und dass sie schon weiß, dass wir alt werden, sehen wir ja, ich sehe täglich alte Menschen, sehe, dass sie gebückter werden, sehe, dass Leute krank werden, also es ist ja nichts, was unserem Geist sich entzieht und trotzdem haben wir ja Panik, kriegen wir ja Panik, wenn es uns selbst betrifft, also wäre die Frage doch, einmal, wie ist der Begriff des Zweifels oder das Dasein des Zweifels, wie ist das im Zusammenhang mit der Weisheit zu sehen, hätte ich einmal gerne, ob Sie da was zu sagen können, und das Zweite wäre, was ist es denn wirklich, was verhindert, dass das, was man ja eigentlich schon erkennt, nicht emotional letztendlich nicht wirklich fließen kann, was ist es da wirklich, was da klemmt? Also was da klemmt ist, dass wir glauben, wir wüssten, aber wir tun es nicht, ja, du hast eben gesagt, wir wissen, dass wir sterben, wenn wir es wirklich wüssten, würden wir nicht den Unsinn machen, den wir Tag aus, Tag rein machen. Was ist die Krux dabei? Wir sehen Menschen sterben, aber wir leben ja noch. Und das ist doch gerade die Verdrehtheit, wir sehen andere sterben und im eigenen Erleben ist immer, ich bin doch da. Und genau das ist, was zutiefst suggeriert, lass sie doch, das ist deren Problem, aber ich bin ja da, du siehst es doch. Wenn wir es wirklich wissen, dann würden wir doch nicht die Schalen und billigen Vergnügungen immer wieder sozusagen haben wollen, denen wir nachgehen. Nicht? Früher hatten die Menschen so einen Schädel auf dem Kopf, Memento Mori, erinnere dich dran, so bist du bald. Das ist doch heute völlig ausgeblendet. Also dieses wirkliche Erfassen, nicht das Wissen, das intellektuelle Wissen, das kann man abfragen, sondern das intuitive, permanente Sehen, das nur Wandel ist, das nur die Dinge verstehen. Aber Sie würden doch jetzt nicht behaupten wollen, dass wir zwar sagen, ja natürlich, Leute sterben, das sehen wir, plötzlich ist ja nicht mehr da, aber ich lebe ja noch. Aber Sie würden mir doch nicht jetzt behaupten wollen, dass mir nicht klar ist, dass auch ich dran sein werde. Ich habe doch nicht den Glauben, weil ich noch da bin, währenddem jetzt mein Nachbar schon gestorben ist, es könnte ein Miljahr vorüberziehen. Es ist an niemanden vorübergezogen, sonst würde ja noch irgendwelche Leute aus dem Barockzeit nur gesitzen. Das heißt also, ich weiß doch, dass ich sterben werde. Das ist mir zu einfach, es muss noch was anderes sein, was mich dann dazu bringt, trotzdem dran vorbeizulaufen. Ja, das habe ich auch vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Wir sind ja eben nicht nur Intellekt. Weisheit ist ja etwas, was auf der Verstehensebene funktioniert. Aber wir sind ja auch noch Wesen, die einen Körper haben, das sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und wir sind Wesen, die, wie soll ich das sagen, geballte Ladungen von Gewohnheiten sind. Ja, christlich kann man das Seele nennen. Ich nenne das mal geballte Ladungen von Gewohnheiten. Es heißt, ich will das, ich will jenes und ich will das nicht und jenes nicht. Und diese Ladung von Gewohnheiten, die lässt sich eben nicht vom Geist einfach so, ja, außer Gefecht setzen. Sondern die, diese Gewohnheitsmuster, die gucken mal hin, was hast du gesagt? Ja, ist in Ordnung, aber ich mache sozusagen doch mein Ding. Und das ist ja gerade das, was wir in der buddhistischen Praxis immer wieder lernen können. Das, was man vielleicht Kontemplation nennt, was man Meditation nennt, was man Betrachtung nennt, dass man die Wandelbarkeit nicht einfach jetzt mal abspeichert, ja, ja, ich weiß, sondern sie immer wieder kontempliert, sie immer wieder sieht, bei sich, bei anderen und dadurch auch, dass es eine ganz andere Präsenz hat in unserem Geist und vor allen Dingen diese Gewohnheitsmuster dadurch verändert werden können und aufgehoben werden können. Das ist der entscheidende Punkt. Dieses Loslassen, was eben sozusagen gefordert war, zurecht gefordert war, ist aber nichts, was sich jetzt per Beschluss herstellen lässt. Also lasse ich jetzt mal Unsinn sein, sondern dieser innere Trall, den wir uns angewöhnt haben über viele Leben hinweg, der macht sein Ding, der geht sozusagen seinen Weg. Und da müssen wir erst mal aufhören, weiter Gas zu geben und dann Schritt für Schritt diese Gewohnheitsmuster erkennen und aufheben. Und das ist das Schwierige. Wie gehen wir mit unserem Körper rum? Entweder wir vernachlässigen ihn, weil wir denken, das steht ewig zur Verfügung. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, dass wir oft gar nicht erkennen, dass dieser Körper wirklich vergänglich ist, weil wir ihm Dinge zumuten, die er schon lange gar nicht mehr vertragen kann. Und auch unserem Geist muten wir permanent Dinge zu, die er gar nicht mehr verarbeiten kann. Der ganze Sinnesinput, den wir sozusagen haben, all das, das zeigt uns, das Tief in unserem Inneren, wir eben nicht wissen, dass dieser Körper sehr wenig belastbar ist, dass der wirklich irgendwann nicht mehr kann, sondern wir sagen, wir haben ja drauf, es ging doch bisher gut, also geht es auch weiter gut. Also das ist sozusagen der Unterschied zwischen einem intellektuellen Wissen, das ist bei uns abrufbar, da sind wir gut drin, wir haben ja Schule gehabt, aber dieses tiefe, unmittelbare Schauen und diese Wirklichkeit auch immer wieder wiederholt. Und jetzt will ich den Bruder das zum Ende nochmal zitieren, weil das hierher passt. Ich habe hier nur einen Teil vorgetragen, was zum Thema gehört. Da heißt es an einer Stelle, nicht wiederholen gefährdet den Wissensreichtum. Nicht wiederholen. Das sagt mir der Manfred jedes zweite Mal, Alfred, man muss die Dinge wiederholen. Das habe ich von ihm gelernt, mir tief eingeprägt, weil das stimmt. Es geht nicht darum zu sagen, das habe ich jetzt verstanden, bitte das Nächste. Ich könnte das Nächste Mal genau denselben Vortrag wiederhalten und danach wieder und wieder und wieder ein ganzes Jahr ich wette, ihr würdet nach dem zweiten Mal wegbleiben und fragen, wann redet der über was anderes, statt dass ihr den Schluss zieht, ach wunderbar, dass hier eine Sache immer wieder und immer wieder gekaut wird, bis es eingewachsen ist, angewachsen in uns. Und das ist unsere große Problematik. Wir wollen immer neuen Input, immer neue Ideen, immer neue Vorträge, immer neue Bücher, immer neue Lehre. und haben das, was wir bisher angehäuft haben, noch gar nicht verarbeitet, noch gar nicht wirklich gekaut. Wildhaft gesprochen, das ist wie bei dem Brot, man beißt rein und schluckt es runter, aber jeder Bäcker behauptet, wenn du ein Brot lange kaufst, dann wird es süß. Und so gehen wir mit Dharma nicht um, wir kauen nicht mehr Dharma, wir schlucken runter und wollen dann den nächsten happen. Also nicht wiederholen, gefährde den Wissensreichtum, nicht gut hinhören und keine Fragen stellen, gefährde den Reichtum. Wie oft habe ich schon Vorträge gehalten und dann werden Fragen gestellt und da denke ich, Moment, was habe ich eine Stunde lang jetzt erzählt? Worum ging es? Ich habe gar nicht zugehört, irgendwie gar nicht aufgepasst, um was es ging. Also hinhören, immer wieder hinhören und Fragen stellen. Das ist etwas, was immer wieder betont wird. Wenn man fragt, richtet sich der Geist schon in eine bestimmte Richtung. Der macht schon ein bisschen klar, um was es geht. Und nur wer fragt, redet eine Antwort. Wer nie fragt, bleibt sozusagen in seinem Verständnispotenzial. Wiederholung heißt es im dritten Vers, fördert Wissensreichtum, gut hinhören und Fragen stellen, fördert die Weisheit. Das ist eine ganz praktische Anleitung. Nicht noch ein Buch zu den 100, die man schon hat, sondern eins vielleicht zehnmal lesen, bis man das verstanden hat, was drin steht. Ein Satz noch zum Zweifeln. Zweifel. Zwie. Da steckt zwei drin. Nicht Weisheit. Sie die Sache als eins. Zweifel sagt so oder so. Zweifel ist das Gegenteil von Weisheit. Man weiß die Dinge nicht einzuordnen. Es sind Widersprüche da. Es sind einzelne Bausteine, die aber nicht zusammenpassen. In Weisheit führt die Dinge so zusammen, dass ein Gesamtbild entsteht, das ohne Widersprüche ist. So, Magnus und dann. Ja, ich wollte mal auf die Frage von eben eingehen. Also diese Tatsache, dass wir denken, dass es immer so weitergehen wird, wie es jetzt läuft, kann man ja auch daran erkennen, wenn man zum Beispiel in eine Situation gerät, in der es auf einmal überhaupt nicht mehr sicher ist, oder ernsthaft in Frage zu stellen, ob man das nächste Jahr noch überlebt. Und auf einmal ist es dann so, dass die ganze Welt ganz anders aussieht, dass man die ganze Welt anders anguckt, dass man auch ganz anders an Dinge drangeht und Prioritäten ganz anders setzt und irgendwie auch diese Erkenntnis hat, ich habe das die ganze Zeit überhaupt nicht realisiert, was eigentlich los ist. Aber dann kann man so diese Erkenntnis gewinnen oder diese Feststellung machen, dass man die meiste Zeit über nicht den Blick für die Wahrheit hat. Und wenn diese Situation sich dann wieder entspannt, wenn sich das nicht bewahrheitet, diese Befürchtung, hält sich das noch eine Zeit lang, aber es verflüchtigt sich dann wieder und man verliert wieder diesen Kontakt zu diesen Wahrheitsbedanken. Was man da kriegt, und Katastrophen auf der Leber. Also wir sind alle ganz liebevoll und gut und dann fangen sie schon wieder an, sich zu kämpfen. Das ist eine schwere Zahnbar, du wirst im Fälle einen Krankenhaus und ich weiß nicht, ob du lebst oder schrittst. Oder nein, der liegt durchs Fenster, das ist ein Baum, der verändert sich. Ja, das meinte ich vorhin. Aber wenn ich es überlebt habe, ist das schon wieder eine Halbzeit. Aber wie gesagt, es dauert einen Moment, wenn du rauskommst, bis dann, aber dann wirst du wieder gerieselt werden. Ich wünsche da noch einen Abend. Ja, lass mich zwei Beispiele noch geben, weil wir da gerade an dem Punkt sind, ist es uns klar. Fragt doch mal, 1025 Jährige, habt ihr ein Testament gemacht? Nochmal? Habt ihr ein Testament gemacht? Das ist ganz banal. Habt ihr ein Testament? Wie viele Leute sind 80 und haben noch kein Testament, weil sie denken, hat doch alles Zeit. Wie oft ich das schon gehört habe, das hat doch Zeit. Also ich habe mit, ich glaube, Mitte 30 ein Buch geschrieben, übertobt. meine Bekannten, sofern sie es überhaupt mitgekriegt haben, die haben mich so angeguckt. Alfred, nach dem Motto, bist du jetzt irgendwie krank oder müssen wir dir helfen, so ungefähr. Wie kann man denn mit Mitte 30 ein Buch schreiben? übertut. Das ist absurd. Und ein zweites Beispiel, um es mal praktisch auszumachen. Wenn wir uns verabschieden, dann ist in aller Regel so die Haltung, also dann bis zum nächsten Mal. So Gott will, sage ich dann aber immer dahinter. Du bist geeicht. So Gott will. Du bist geeicht. Aber das ist genau der Punkt. Wir gehen voraus. Ich bin noch da und du bist noch da und das Haus ist noch da. Kann ja auch sein. Aber das sind so kleine Beispiele, wo man sieht, dass wir eben stillschweigend, schon wissen alle, alles geht, aber das nächste Mal sind wir wieder da. So, bis 7. Mai. Das sind nur zwei Monate. Ja, was kann bis dahin sein? Und das ist uns gar nicht bewusst, wie flüchtig unser Leben ist. Hat alles noch Zeit? Ne, Magnus hat eine zweite Frage. Ja, das ist auf die Weisheit. Also es werden ja diese wahren Reichtümer genannt, die nicht zu vergehen sind durch Liebe, irgendwie die Erdenkürstung, Feuer oder Wasser. Und das ist ja Heilschätzung, Jungenscham, Scheuerfahrung, Großlassung, dann auch Weisheit. Ja. Und um an einer anderen Stelle werden ja Ursachen für inneres Glück genannt. Und da wird ja Gewissenslauterkeit, Tugung, Orientierung, Bedenken, Geläuterung von Herzenskugung auch gezählt. Und diese Orientierung, hast du ja eben gesagt, ist das, was man durch Weisheit gewinnt. Also kann man da Schlussfolgerungen, dass die Weisheit eine Ursache, eine direkte Ursache ist, auch für inneres Glück. Ja. Einmal schon, da müsst ihr in euch mal hineinhören, was bei euch angenehme Erfahrungen erzeugt. Ich kenne viele Menschen, die sagen, wenn ich so ein Antik habe auf Wahrheit, das tut mir gut. Ich habe immer so ein Aha-Erlebnis, im Alltag ist ein Aha-Erlebnis, das tut schon richtig gut. Und ich behaupte, wer sich mit Wahrheit, mit Dhamma beschäftigt, tief und eben das einleuchtet, dass das ein Wohlgefühl mit sich bringt. Also nicht nur, wenn man ein Glas Wein trinkt, okay, das wissen wir vielleicht. Aber dass der Anblick von Wahrheit wohl tut. Das ist doch ein starkes Hilfsmittel, geradezu eine Verlockung, sich mit Wahrheit zu beschäftigen. Das hat zwei positive Alternativen. Man sieht klarer und fühlt sich innerlich auch dann noch gehoffener. Wo manche erschrecken auch. Ja, deshalb habe ich am Anfang gesagt, die Lehren des Kudas sind sehr abgestuft. Ich habe einen Fehler gemacht, dass ich über die Unschönheit des Körpers gesprochen habe an dieser Stelle. War pädagogisch wahrscheinlich nicht sehr geschickt, weil man dann eher denkt, was soll mir das? Gibt es nicht was anderes? Wahrheiten, für die man noch nicht vorbereitet ist, können auch einen erst mal schrecken. Das ist völlig klar. Ja, also ich versuche zur Zeit sozulegen, dass ich das Bodhichitta praktiziere. Ich versuche, Leuten zu helfen, um nicht in die hilflose Helferrolle zu kommen. Aber mir tut es gut, wenn ich anderen beistehen kann. Und da versuche ich mich jeweils auf die Situation des anderen einzustellen. Also nicht das überzubraten, was ich an Klugheit und Weisheit habe, sondern einfach angemessen auf das einzugehen, was da ist. Und das war ganz absurde vor meinem Leben, also ganz alltägliche Sachen, widersprüchliche Sachen. Und da sage ich bei dem einen was, was ich beim anderen nicht sage. Und das Gegenteil sage. Und trotzdem gibt es für mich ein stimmiges Bild. Und ich bin happy damit. Hat das was mit Weisheit zu tun? Ja, Weisheit heißt ja auch, die Situation so einzuschätzen oder das eigene Handeln so einzuschätzen und auszuwählen, wie es zur Situation passt. Das Gegenteil wäre, ich habe eine Idee und alle müssen sozusagen unter meiner Idee leiden. Und Weisheit heißt sehen, was braucht XY. Womit ist er überfordert. Weisheit ist nicht nur ein Inhalt, den man im Kopf hat. Weisheit wird von dem Buddha ja auch als eine Fähigkeit beschrieben. Eine Fähigkeit, sich einzufühlen, sich einzufühlen, wie sagt man das, sich hineinzubringen in eine Situation. Von innen heraus sie zu erkennen. Nicht mit mitgebrachten Ideen oder vorgefassten Bildern und Weltbildern sozusagen das über die Realität zu stülpen, sondern die Realität zu uns sprechen zu lassen. Und wenn vorhin von Hinhören die Rede war, dann kann man das auch im übertragenen Sinne sagen. Hinhören, was will mir mein Leben sagen? Was wollen wir den Menschen sagen? Was will mir die Realität mitteilen? Weil Magnus eine Sache angesprochen hat, will ich das hier auch nochmal zitieren. Man fragt sich ja manchmal, was hat man in seinem Leben alles schon verloren? Welchen Verlust hat man? Und wie kann man die unterschiedlichen Arten von Verlust einschätzen? Da gibt es eine sehr schöne Charakterisierung des Erwartens. Man sagt nämlich, es gibt fünf Arten von Verlust. Verlust von Verwandten, Verlust von Besitztum, Verlust durch Krankheit, Verlust an Tugend und Verlust und Verlust an Erkenntnis. So, das kennen wir. Wir haben vorhin geredet, wenn ein Mensch stirbt, das ist ein Verlust an Verwandten. Menschen, die ums lieb und wert sind, sind nicht mehr da. Oder Partner oder Kinder oder wer auch immer. Verlust von Besitztum haben wir auch in kleinerem oder vielleicht größerem Umfang schon erlebt. Man hat was und auf einmal ist es weg. Verlust durch Krankheit. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Das kann sich jeder vorstellen und weiß es aus eigener Farb. Was man früher konnte, jetzt nicht mehr kann, was der Körper hergibt oder nicht mehr. Alles in Ordnung. Dann Verlust an Tugend, also an ethischem Verhalten wird man vielleicht in unserer Welt gar nicht mehr so als Verlust empfinden. Ich höre, was soll es? Geht mir doch einfacher damit. Stört mich mein Gewissen nicht. So ungefähr. Immer weniger Rücksicht nimmt man das Leben auch einfacher. Und am Ende heißt es Verlust von Erkenntnis, Einsicht. So, wo bin ich denn überhaupt? Und nicht, ihr Brüder, gelangen die Wesen durch Verlust von Verwandten Besitztum, Krankheit bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf den Abweg. Durch den Verlust an Tugend aber oder durch den Verlust an Erkenntnis gelangen die Wesen bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf den Abweg auf schlechte Fährte zur Tiefe hinab in unsere Welt. Das ist ja etwas, was der Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht mehr auf der Rechnung hat, dass es ja nach diesem Leben so etwas gibt, wie ein es geht weiter. Und dass das, was wir hier uns angewöhnen in Bezug auf unser Verhalten und unsere geistige Struktur genau die beiden Dinge sind, die unsere nächste Existenz von ihrer Qualität her bestimmen. Ich war vorhin von der mitgebrachten Weisheit, von dieser Disposition, Wahrheit zu erkennen. Wenn wir uns die aneignen, dann steht uns die das nächste Mal zur Verfügung. Und wir fangen nicht wieder bei Null an, sondern haben da schon einen inneren Schatz von der Intuition, der uns suchen lässt, wo ist Wahrheit zu finden und der uns auch an die Stelle führt, wo wir dann der Wahrheit wieder begegnen. Und wenn wir sozusagen ein ethisches Fundament haben, das wir von unserem Charakter her mitnehmen, dann steht uns das künftig auch zur Verfügung, egal wie äußere Lebens- und Erlebenssituationen sich ändern mögen. Dieses innere Pfund, dass das ist, was wir mitnehmen. Und von daher gesehen sind all die Wehwehchen, die wir jetzt haben, körperlich zum Beispiel, die tun uns weh, die hindern uns, aber das ist erledigt mit dem Ende dieses Körpers. Der Rest geht weiter. Und schon ganz und gar, wenn wir unser Sparduch verlieren, oder unsere Uhr irgendwo verschwindet oder so, das ist unerheblich gemessen an den Dingen, die langfristig unsere Existenz bestimmen. Laden, ja. Mir fehlt so ein bisschen mit dem Vortrag die Unweise und die Gefahr auf die Anhaftung und die selbliche Wahrnehmung. Vielleicht habe ich auch geschlafen. Ja, zwischen Viertel nach acht und drei Viertel neun warst du zweimal weg. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, wie tief, aber zweimal warst du weg. Da habe ich das gesagt. Aber nochmal, wir probieren es. War es schon zu Ende? Achso. Also die Anhaftung, einfach die Ja. Ich glaube, das ist das noch Schätzte. Ja, Anhaften heißt ja eigentlich, also ich mache den Begriff Anhaften. Er ist sehr gebräuchlich. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber er trifft nicht wirklich das, was der Palliausdruck sagt. Anhaften heißt ja so, ich klebe dran, aber eigentlich heißt es, nach den Dingen greifen, sie ergreifen. Und ich sage, das ist die Kehrseite von Weisheit. Weisheit sagt, das taucht nichts und wenn das präsent ist, greifst du nicht nach etwas, was nicht taucht. Wenn man nach Dingen greift, im wörtlichen und übertragenen Sinne, dann heißt es, in dem Moment ist Weisheit nicht da, weil du erwartest von dem Ding etwas, was das Ding dir nie bringen kann. Das zweite habe ich jetzt nicht mehr. Die selektive Wahrnehmung. Die selektive Wahrnehmung, ja. Die geblühte Wahrnehmung. Das ist sozusagen auch eine Variante von Nichtwissen fehlender Weisheit. Ich sage, die Weisheit ist das ganze Sehen. Und das ganze Sehen kann man definieren als den Ursprung Sehen, die Herkunft und das Phänomen selbst. Und das ganze Sehen heißt aber auch den Wert einer Sache erkennen. Sehen. Und wir gucken immer nur, was bringt uns das? Also was ist das Verlockende dabei? Was ist das Gefriedigende dabei? Und der Wachte empfiehlt, alles zu sehen dabei. Also was ist das Angenehme? Was ist der Haken dran? Und wie kommt man los davon? Das ist Weisheit. Also diese drei Dinge sehen. Und wenn wir ergreifen, ergreifen wir deshalb, weil wir immer nur eine Seite, die Schokoladenseite der Dinge sehen, das was sie uns versprechen. Wenn du mich kaufst, wenn du mich nimmst, wenn du mich hast, geht es dir gut. Das sehen wir, das glauben wir und dann reiben wir nach den Dingen. Und erst wenn wir es haben, sehen wir, jetzt ist es doch anders, was die Reklame verspricht, hält das Produkt in der Regel nicht. So, und das haben wir dann wieder vergessen, weil bei dem nächsten Mal kam das selbe wieder auf. Ach wie schön, ach wie prima, hätte ich gern, brauche ich, her damit. Und Weisheit heißt, guck dir alles an, sieh die Vorteile, sieh die Nachteile und sieh vor allen Dingen, ob es etwas gibt, was eine bessere Alternative ist. Aber das stehen würde und mich besonders männlich macht oder was auch alles. Das heißt, wenn ich Nein sage, hat sie natürlich nichts verdient. Also komme ich aus, wie so ein Konflikt, dass ich sage, ja, hätte ich es vielleicht kaufen sollen, hätte sie auch was verdient. Und das andere ist natürlich, dass ich mir sage, ja, genau diese Frage, wenn wir jetzt plötzlich wirklich so tief in die Erkenntnis kämen und würden das alles sein lassen, auch diese ganzen Sachen in die Zukunft, ja, ich habe schon Termine für 2017, das geht dann teilweise schon jetzt los, obwohl man eingeladen wird vom Kongress oder alles, ich kriege immer Probleme überhaupt noch zuzusagen, weil ich sage ja immer, ich weiß ja gar nicht, ob ich da noch lebe, dann sagen die Leute immer zu mir, ach, sie sind doch noch so jung, sie sind doch nicht klar, ich habe gesagt, aber es kann ja ganz schnell passieren, bis 2016, 17, sind noch zwei Jahre dazwischen, ja, so, aber was macht man da, sie kriegen ja auch dauernd den Ingriff bis 2015, 2016, nehmen sie die schon an, oder sagen sie, fragt man 2016 an, aber dann sagen die Leute, wir können nicht planen, ohne wenn sie nicht zu sagen. Also um das konkret zu sagen, ich nehme immer weniger Termine an, ich nehme immer weniger Termine an, ja, das ist auch eine Form von, ich bin wichtig und ich werde die Welt retten und das ist auch eine Form von anhaften und ich lasse das tendenziell auslaufen und da sind wir bei einem Problem, was überhaupt kein Problem ist, wenn plötzlich alle weise würden, das ist die einzige Sorge, die ich nicht habe. Ich werde immer mal gefragt, ja, ihr Buddhisten, wenn alle, alle Menschen jetzt ins Kloster gingen, was wäre denn ja? Ja, das ist doch keiner hirngespitzt. Sag ich immer, wenn alle Friseure werden wollten, dann das auch. Es gibt Dinge, die einfach nur unser Kopf hergibt. Ich hör's nicht mehr. Ich wollte sagen, es gibt Probleme, die nur unser Kopf produziert als theoretische Fragen, die aber keinen sachlichen Hintergrund haben. Schon zu der Zeit des Buddha, wo wirklich eine spirituell aufgeladene Gesellschaft da war, Situation war, auch nur ein kleiner Teil Mönch und Nonne geworden. Die anderen haben ihren Beruf weitergehabt und ihre Familie weitergehabt, weil es auf der Ebene ja auch schon genug zu tun gibt. Wir müssen doch nicht alles loslassen auf einmal. Das können wir nicht und wollen wir nicht. Das Größte, das Unsinnigste, das Blödeste erst mal lassen. Haben wir schon genug zu tun? Wenn das erledigt ist, dann ist das Nächste das Dümmste und Primitivste und Abschichten Abschichten und so wie unsere Gesellschaft diese Konsum Dramatik sich aufgeschichtet hat gesellschaftlich so könnte sie sich auch abschichten aber das sehe ich nicht. ist Das ist nicht. Untertitelung des ZDF, 2020